Hi, Chris hier. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Datenmanagement in Ihrem Mikroskopielabor verbessern können. Die Digitalisierung bringt uns fantastische neue Möglichkeiten in der Mikroskopie. Die Kehrseite der Medaille, es entsteht eine große Menge an Daten und Bildern, der Aufwand für das Datenmanagement steigt, besonders in großen Laborumgebungen. Und so geschieht es oft, dass die wertvollen Daten auf lokalen Festplatten oder USB-Sticks enden. Und damit ist es fast unmöglich, Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenzuführen, um das Maximum an Informationen zu gewinnen. Aber es entstehen noch ganz andere Probleme. Sie wissen sicher, wie schwierig es sein kann, Daten nach einigen Wochen wiederzufinden oder Bilder und Berichte mit Kollegen zu teilen. Auch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse leidet, wenn Gerätefreundstellungen und Job-Templates nicht für alle Mitarbeiter zugänglich sind. Die Daten sind nicht von Manipulationen geschützt oder können ganz verloren gehen. Am Ende kann es sogar sein, dass sie den Mikroskopieaufwand umsonst betrieben haben. Die Systeme werden durch unproduktive Vorgänge blockiert und in regulierten Branchen können sie in echte Schwierigkeiten geraten. Nun stellen Sie sich eine Lösung vor, die alle Bilder, Daten und Abläufe jederzeit an jedem Ort verfügbar macht und optimal schützt. ZEN Data Storage bietet genau das. Schauen wir uns kurz die Vorteile an. Mit ZEN Data Storage haben Ihre Mitarbeiter Zugriff auf alle Daten, egal an welchem System sie arbeiten, wann sie Zugriff benötigen und von welchem Standort sie zugreifen. Mit Hilfe von Metadaten finden Sie alle Inhalte wieder, wann immer sie gebraucht werden. Die Systeme lassen sich viel effizienter nutzen, da Mikroskop- und Analysearbeitsplätze voneinander getrennt werden können. Voreinstellungen und Workflows können leicht zwischen Experten und unerfahrenen Nutzern ausgetauscht werden, um die Qualität der Analysedaten sicherzustellen. Leichter als je zuvor können Sie die Daten verschiedener Systeme korrelieren, um noch mehr nützliche Informationen zu gewinnen. Und schließlich unterstützt ZEN Data Storage Ihre IT-Abteilung beim Aufsetzen einer Backup- und Sicherheitsstrategie. Im Mikroskopielabor können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Als Modul der Imaging-Software ZEN Core ist ZEN Data Storage kompatibel mit allen Zeiss-Mikroskopen und bindet sogar Drittanbieterlösungen ein. Sie wollen mehr über ZEN Core erfahren? Hier gibt es weitere Videos. M8-2- dem Vielen Dank.